Moin, herzlich willkommen bei den Cargo Bike Lovers News. Die Neuigkeiten mit Schub fürs Lastenrad, Folge 7. Heute mit den Themen Aura, autonomes Lastenrad aus Magdeburg. Die Stadt Wien fördert das 1000. Lastenrad. Lastenradrennen in Dortmund. Radelbande-Trends. Tilman gibt uns die Zukunft für 2024 aus Lübeck. Lastenräder aus Avero, Portugal. Milara fertigt vor Serie. Wir waren mit dabei. Und wie immer mit dem Transport und Aufbau der Woche. Autonome Lastenräder. Wo gibt's denn sowas? Du kennst das Problem. Du willst nach dem Baumarktbesuch die Farbe nicht auf dem Gepäckträger transportieren und leist dir ein Lastenrad. Mit diesem möchtest du den Eimer Farbe nach Hause bringen. Eigentlich ist deine Reise an dieser Stelle vorbei. Du musst aber das Lastenrad wieder wegbringen, weil es nicht deines ist. Jetzt hast du insgesamt die Strecke viermal gemacht, obwohl du nur einmal im Baumarkt einkaufen wolltest. Jetzt wäre es doch super gewesen, wenn das Lastenrad den Rückweg zum Baumarkt allein ohne dich gemacht hätte. In Magdeburg wird daran geforscht. Aura heißt das Forschungsprojekt. Wir finden das sehr spannend, denn Micromobility sollte auch autonom sein dürfen. Nicht nur Autos. Es wird auch erforscht, wie Menschen auf diese Räder reagieren. Gerührt und positiv angetan. Natürlich ist für ein autonom fahrendes Lastenrad die Reaktion des Rads auf die Menschen sehr viel wichtiger. Wir können aktuell dieses Video vom Bayerischen Rundfunk empfehlen. Wir haben es euch in der Infobox verlinkt. Wien. Die Stadt Wien hat das 1.000. Lastenrad gefördert und das 10. Grätzlrad. In Deutschland sind die Fördertöpfe aktuell recht leer. Wohingegen in Wien der Fördertopf erst im Sommer 2023 aufgestockt wurde. Damit dieser bis ins Jahr 2026 reicht. Wahnsinn. Die Stadt Wien geht dabei noch einen besonderen Weg und fördert auch Spezialräder. Wie beispielsweise solche für den Rollstuhltransport. Das finden wir klasse. Daumen hoch. Sonntag, 21. April 2024 von 10 bis 17 Uhr. Die Velokittchen lädt zum Dortmunder Lastenradrennen auf dem Hansaplatz im Herzen von Dortmund ein. Die siebte Folge der Cargo Bike Lovers News empfiehlt euch die Teilnahme am 7. Dortmunder Lastenradrennen. Das passt doch mal wie der Link zur Veranstaltung in der Infobox. Oder so. Es gibt drei unterschiedliche Rennen. Einzelzeitfahren, Vierfach, Eliminator und die Teamstaffel. Also ganz viel zu gucken und zum Teilnehmen. Mach ich da mit? Mal sehen. Wer weiß es schon? Lübeck. Tillmann spricht über die Trends 2024 und lädt sich dabei weit aus dem Fenster. Das kann er auch, denn die Trends für 2023 hat er präzise vorhergesagt. Ob ihm das auch 2024 gelingt, wird das Jahr zeigen. Insgesamt acht Trends erkennt die Radlbande. Drei wollen wir hier einmal kurz aufgreifen. Für den Rest müsst ihr den Link in der Infobox zu dem Video folgen. Trend Nummer eins. Die Karten werden neu gemischt. Ja, wir sind sehr gespannt. Trend Nummer zwei. Die Preise sinken. Das hoffen wir, denn Mobilität mit dem Lastenrad sollte kein Luxus sein. Oder? Was meint ihr oder du? Und wir wollen noch kurz auf den Trend Nummer acht eingehen. Dieser zeigt die Absicht der Hersteller, mehr in Europa zu produzieren. Wir finden das natürlich blöblich und wir wünschen uns dies auch. Ob die Hersteller dies in Zeiten steigender Preise und ungewisser Absatzmärkte forcieren, das wissen wir leider auch nicht. Der Trend könnte auch genau in die andere Richtung gehen und eine Optimierung der Kostenstruktur durch Verlagerung der Produktion außerhalb Europas zeigen. Ob sich dieser Trend bereits in diesem Jahr zahlenmäßig belegen lässt, das wissen wir leider auch nicht. Dazu passt jedoch unser Besuch am vergangenen Wochenende in Averro, Portugal. Hier sitzt im Umkreis von 20 Kilometern das Herz des europäischen Fahrradbaus. Stückzahlen starke Marken produzieren hier. Wir haben genau diese Powerseller nicht besucht, sondern uns mit Ben von Milara getroffen. In der Casa de Picicletta hat Ben vor etwa einem Jahr Petro getroffen. Dieser fertigt aktuell die Vorserie von Milara für Ben. In viel Handarbeit entstehen hier Räder, die wir übers Jahr auf vielen Messen wiederfinden werden. Hoffentlich. Kollektiv und Velo in Berlin, Biesburg in Dresden und so weiter. Wir werden euch noch ein umfangreiches Video zeigen. Dabei verspricht sich Ben einiges von dieser Zusammenarbeit. Wir werden bestimmt noch einige Male über Ben und seinen Milara berichten. Vielleicht auch über Ingrid? Wir haben große Hoffnung für unsere Cargo Bike Lovers Milara. Seid gespannt. Der Transport der Woche kommt dieses Mal von Niebmann GmbH, ein Klempner für Heizung und Sanitär aus Düsseldorf. Diese sind dabei auf dem Fahrrad unterwegs mit großer Box und reichlich Werkzeug darin. Markiere Cargo Bike Lovers auf ein Bild deines Transport in deiner Story auf Instagram, dann zeigen wir hier deinen Transport. Der Aufbau der Woche kommt in schwarz-gelb daher. Das Schof und Jensen Doppeldecker von Marcel. Marcel hat uns neun Ansichten in 15 Sekunden Länge von seinem Selbstaufbau geschickt. Beim Aufbau hat Marcel neben seiner lebensbejahenden Farbwahl bewiesen, wie Alltagstauglichkeit des Lastenrads für ihn aussieht. Angefangen von kleinen Details wie der Schutzblechverlängerung von Fahrer über den Sohn-Nabendynamo bis hin zur Rohloff-14-Gang-Nabe. Dabei nutzt Marcel das Rad zum Kindertransport. Der Sitz ist auf der oberen der beiden vorderen Ladenflächen montiert. Sein Kind schaut ihn während der Fahrt an. Das Kinderrad findet auf der unteren Ladefläche Platz. Aufgrund des montierten Gepäckträgers bleibt genug Stauraum für alles Weitere. Die insgesamt drei Ladeflächen finden ihr Ebenbild in der Wahl des Lenkers mit drei Griffpositionen. Der Lenker ist dabei sowohl sportlich zu fahren, als auch sehr komfortabel und aufrecht. Wenn die steife Brise weht, dann lehnt Marcel sich mit dem Ellenbogen auf den Länger auf und nimmt die Zeitfahrposition ein. In dieser ist er dann kleiner im Wind und damit schneller. Wir finden den Aufbau rundum schlüssig. Wie hat euch die siebente Ausgabe der Cargo Bike Lovers News gefallen? Habt ihr Neues erfahren? Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert unseren Kanal auf YouTube und Instagram. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, denn so werdet ihr über das neueste Video informiert. Falls du interessante Themen hast, kontaktiere uns gern mit Bildern, Videos und Infos unter der unteren angegebenen Adresse. Tschüss.